Während der Erzor da gerade noch rumfummelt, hi an die Leute auf YouTube. Weil das wird ja wahrscheinlich nachher bei mir auf dem Kanal kommen. Moin. Moin. Ich hab gerade die Nachwirkungen bekommen von Twitch. Was? Onkel, Schopps, das Spiel geht ja ab. Äh, yay. Mit Erzor. Das bin nicht ich. Nein, nein, überhaupt nicht. Moment mal, wie ging das noch? Ja, ist das ewiger. Haben die da was umgehendet? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, du. Du hast jetzt eh Urlaub, also. Ja, genau. War's schon. So, ich möchte eine private Sitzung öffnen. Ja, das möchte ich. Zeitüberschreitung beim Laden der Sitzung. Ja, weil ich rausgegangen bin. Ach. U, A, A, U, A. I. Ach, jetzt lädt er aber schnell. Ach, scheiße. Jetzt hat er wahrscheinlich... Ach, jetzt hat er wieder normal GTA geladen. Boah, ich werd bekloppt. So, du stehst irgendwo um. Irgendwo müsste jetzt hier ein Chinese rumstehen oder laufen. Ach, komm mal. Ja, du siehst aus wie ein Chinese. Auf, steig ein. Ach ja, F. Geld verdienen. Ja, kann man machen. Rennen verdient man mit Geld. Was, Rennen verdient man mit Geld? Ja, mit Rennen verdient man auch Geld. Mit Rennen verdient man Geld, okay. Ach, das bin ich ja verstanden. Ja, andersrum. Was? Was hattest du mit meinem Auto? Schwarz-Weiß. Jo, so wie die Welt. Und blau. Ja, genau. So wie die Welt, ja. Und die sitzt da oben noch rote Streifen, ne? Also beachte auch die Details. Was? Rote Streifen? Ja, ja. Das ist jetzt... Äh, Ego-Perspektive, wie das siehst du sehen? Äh, das war V, ne? Ja. Ich glaube, ja. Wir haben noch so eine rote Streifen. Leder sitzen mit so roten Feen. Hä? Hey, es ist Ron. Joukowski. Die Rote. Was? So dunkel. Ach, Ron. Lass mich in Ruhe, ey. Äh, die dunkelroten Nähte hast du aber auch nur auf der Rückbank, ne? Nee, auf deiner Bank auch. Hä? Hä? Wenn du bei mir schaust, äh, beim Sitz, hinter der Linie, hast du ja auch so gut in der Atem. Die Naht, die so einmal an der Seite rundherum geht. Genau. Die ist bei mir gelb. Hä? Ja. Ja, nicht so so hochschaut. Oh, schau dich. Jetzt ist sie wieder orange. Oh, rot-orange. Äh, gelb-orange. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich die Musik anmache, wirst du dann auch was? Wahrscheinlich nicht. Ich habe Musik ausgeschalten. Ah, ja, stimmt, weil du, ne? Ja, ja, genau. So, aber du hast rote Ziffernblätter. Ich habe rote Rest. Achso, ja, am Entrobrett. Ja, genau. Oh, warte mal in falsche Richtung. Siehst du, meine Fahrkünste sind nicht realistisch. Sind nicht realistisch? Nee, ich fahre schlechter. Zum Beispiel verpasst ich die Einfahrt. Also, warte mal. Wenn du in real life aber noch schlechter fährst. Oh Gott. Fack nicht. Nee, so, du besauernd. Du hast die Ausfahrt verpasst. Was für eine Ausfahrt. Einfahrt, ja. Doch, ist das auch der Ausfahrt, oder? Ich meinte jetzt, also im Spiel sagst du, du hast die Ausfahrt verpasst. In real life, was für eine Ausfahrt. Ich fahre immer in der Autobahn im Kreis. Ich checke da nicht, dass man da abfahren kann. Jetzt komme ich schon zum Zähfahrer an diesem Baum vorbei. Autobahnkreuz, top. So, wir sind gleich da. Hier in der Nähe ist übrigens auch meine Wohnung, in der du nicht reinfandst. War schon wieder so eine. Ach, ja, das Ding kenne ich. So. Das hat mir Phoenix auch schon gezeigt. Kannst du jetzt auch betreten? Bist du jetzt auch drinnen? Normal schon, ne? Ja, so hat sich dematerialisiert. Was? E zum Betreten. Ja, warte mal. Ich lade mal und dann sehen wir nicht, ob es auch da... Ne, ne meiste... Ja, muss da auch dazukommen. Drück einfach E. Ja, bin drin. Oh, geil. Chatback-Rinner. Ne, du bist noch nicht drin. Ich warte noch auf dich. Ich bin... Hä? Traster-Tiefflug-Euphorie. Äh, weiß Pfeifo-Funk noch da. Das bist nicht du. Hä? Ich bin alleine. Ja, ich glaube ja auch. Warte mal, kannst du mich einladen? Ich gehe mal kurz raus. Äh. Äh. Aber sonst geht auch mal raus. Ich probiere es mal andersrum. Ähm, Jobliste. Äh, das was nicht... Warte mal, wie ging das noch mal? Ah, ja, stimmt. Hauptmenü, also links. So, Freunde, habe ich keine. Ähm, Job erstellen, wo war das? Hä? Wie, Freunde, da hast du keine. Sie wird mir nur nicht lang. Äh. Na, jetzt kommen schon. Job-Zio. Eigentlich. So, schneller Job. Äh, in der meiner Verfügung. Ah, du bist ja in einer anderen Crew, okay. Ah, ich bin jetzt links vor. Ich bin jetzt hier draußen. Äh, was ist mir da? Ne, du bist bei Carp. Du bist in der Crew Carp. K-A-R-P. Achso, ich bin da. Die Crew von meiner Kollegin. Das war's. Äh, kürzlich gespielt. Meine Jobs. Naja, habe ich nicht. Ey, erstmal aus der Ego wieder raus hier. Ist der E-Kraft. Ah, bist du wieder hier. Jetzt, hör auf. So, mach mal. Mach mal ein schönes. Mach mal Adapter. Äh, dann mach mal hier mal. Boah, nehmen wir Adapter. Jetzt müsste ich dich doch eigentlich eingeladen können. Schon wieder weg. Hui, ich bin ein Alien. Ja, echt, ey. Scotty, wie mir ab. Wett. So, Rente-Bestandard. Ja, das ist alles gut, anzulter Wende. Ja, das können wir auch dann gucken. Klassensupersprung. Ja, ja, wie kommt den Eingler? Ja, top. Was denn? Ich bin übers Geländer gesprungen. Was denn? Und anstatt, dass er mit den Füßen wieder aufkommt, erst mal voll mit dem Gesicht auf dein Auto. Dein Auto ist jetzt voll Blut verschmiert. Oh, toll. Mein schöner Wagen. Kannst du mir wieder... So, geschlossen. Offen, geschlossen. Ja, jetzt nur noch. Nimm Martins Einladung in deiner Jobliste an, um diesen neuen Modus auszuprobieren. So, ich hab dir eine Einladung geschickt. Nimm dir bitte an. Äh... Da. Äh... Genau. Wie nehme ich das an? Äh... So, wenn du in deiner Jobliste oder so irgendwie... Wo siehst du es jetzt noch? Ich hab das gerade im... So im Hut gesehen. Äh, warte mal. Jobs? Ja, da musst du eigentlich nur mal sein. Jobs spielen. Wo hab's denn da? Meine Jobs. Und keine Jobs verfügbar. Top! What? Äh... Äh... Äh, nein, ich will die Sitzung nicht verlassen. Ich bin doch mit dem da in... Äh... Äh... Boah, ich bin zu blöd für GTA Online. Äh, glaub ich auch. Ja, ich... Ah, da. Spiel beitreten. Äh? Nein, der Sitzung... In der Sitzung bin ich doch. Ich will doch nicht der Sitzung beitreten. Oder? Äh... Meiner vielleicht, ja. Okay, ich mach jetzt einfach mal. Ich warte, ich lade dich noch mal. Warte mal. Dritt bei. So, du drittst bei. Okay. YouTube. Du drittst gerade an. Das ist gut. Okay, alles klar. Du glaubt hier eben je, was hast du in der Gruppe? YouTuber Money Gang? Äh... Ja, ich glaub wohl. Ach, du bist ja niedlich. Level 10, ne? Was? Ja, ja, genau. Äh... YouTube Money Gang könnte sogar passen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, das ist, äh... Sag mal schnell. Phoenix Gruppe. Ah, okay. Die hat er erstellt, als wir das erste Mal GTA Online zusammengezockt haben. Und da bin ich schon einfach mal rein. So, jetzt start mal Rennen. Meine Fahrskills sind übrigens alle schon, ne? Ja... Äh... All Premium Content. Ich... Also, bei GTA 3 war ich das letzte Mal wirklich gut, glaube ich. Geschwindigkeit? Ich weiß nicht. Das fahren jetzt nur beide wir gegeneinander, oder was? Ja, ja, natürlich. So, ich glaube, ich nehm den da. So, ich mach mal auf Batman. Ähm... Wo war das schwarze Anzug nochmal? So, hier. Hä? Warum piept es? Weil das dann, wenn es losgeht dann. Äh... Okay, alles klar. Gut. Gewonnen 3, 1 verloren, gewonnen 1. Was? Ja, 43. Bereit zum Spielen. Äh... Ich muss jetzt wetten, ne? Nee, du musst nicht wetten. Ich muss nicht wetten. Okay. Es sei denn, du willst dein Geld loswerden. Wieso? Meinst du, ich verliere? Ja, ich würde mal sagen, du testest vorher, oder? Bevor du alles verwettest. Okay. Weil ich bin Profi-Rennfahrer, Mann. Profi-Rennfahrer. Du bist Straßenflitzer. Geil, ich liebe den Wagen. Was hast du, ob wir einen? Äh... Keine Ahnung. Ach, schön. Ein Progen oder irgendwie sowas. Oh. Das ist die Strecke. So. Das war ja unten, okay. Ich würde es übrigens mit aufholen, ne? Also wenn du jetzt auch mit Schraunt hast. Oh, 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 oh. Höp. Oh, 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 oh. Ist du noch hinter mir? Ja, mehr oder weniger. Oh, 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 oh. Nicht drehen, nicht drehen. Sehr krass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn er hier doch einen anderen Wagen nehmen soll. So, jetzt mal ein bisschen warm fahren. Oh, teuer. Hi. Hi. Der Wagen dreht sich. Ah, ok. Das ist doof. Könnte ich mir vorstellen. Das ist sehr doof. Ich muss mal mal achten, der eine beste Aktion hat. Oh Gott, die Stuntkamera ist ja ekelhaft. Äh, oh! Alter, was geht ab? Äh, hallo? Was ist los? Ach, ich habe mich nur ein paar Mal überschlagen. Aber mit den Pfeiltasten kann ich in der Luft mein Auto steuern, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist ein Nummerblock mit dem Pfeiltasten. Mit dem Numblock? Okay. Wo, 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 jetzt habe ich mich aber auch anrichtet gedreht. So, tschau. Ja, da hätte ich mich dann mal nicht gedreht. Drehst du dich echt schnell, alter! Oder, ja. Ach, verdammt. Oder einfach nicht immer nur das V-Bane in den Tränen. Das ist vielleicht auch nicht so. Boah, Alter, was ist denn hier los? Voll sinnlos. Aber okay. Ich wollte dich da ins Toil einkicken. Genau. Ja, und ich habe, ich habe schön gebremst. Was war das, hä? Nix. Alter, nicht daraus fallen. Oh, das ist ein Versuch, mich rauszudringeln. Nein. Tust du schon selber. Ich habe gerade überlegt, du hast ja einen Verwunderpunkt hast. Nee, geht sich aus. Scheiße. Aber jetzt habe ich wieder eine neue Karre. Ich hasse es mit verbeulten Autos zu finden. Hauptsache, dass ich ein schlechter Fahrer bin. Hauptsache, die Karre fährt noch. Ja. Muss immer eigentlich schön glänzen. Ich bin Batman. Bei Batman glänzt auch nicht immer alles. Ja, am Anfang schon. Ja, am Anfang, ja. Nur, dass es keiner in der Stadt auffällt, dass er vielleicht Batman ist, weil er so hohe Kosten hat wegen Ersatzteilen, Anlieferungen und Blick auf hoch. Vor allem, was ja auch nicht normale Ersatzteile sind, ne? Ja gut, aber das fällt ja nicht direkt jedem auf. Oh nein. Gewisse Firmen vielleicht schon, oder? Ach, wir sind ja gerade flirten gegangen. Hallo, wie dann gefällt der denn? Du musst F drücken, also gedrückt haben. Stimmt, da war ja was. Shit. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Au. Jawoll. Nochmal. Ich habe mich gerade angefangen. Ich habe 100 XP bekommen. Ja! I'm the King of Street. Was ich will sagen, wir fahren mal ein paar Rennen so privat. Dann können wir gerne mal welche öffentlich auch machen. Wenn es gar nicht los ist. Bitte was? Ja. Ich will mal sagen, wir machen mal ein paar Rennen so privat. Wenn du willst, können wir auch öffentliche Rennen machen. Ach, mir ist das relativ egal. Okay. Ich will nur mal Kohle verdienen. Ja, nein. Ja, geil! Ja, toll, du hast mich abgelenkt. Ja, jetzt bin ich schuld, oder was? Ja. Was sagen deiner Skills? Ja. Ja. Friss meinen Staub, Junge. Na, ne. Wir sind immer so trocken. Das fällt mir jetzt auf, dass hier ähm, viele Lücken sind. Das war's mal ganz schön bleiben, oder? Bitte? Das war's mal ganz schön bleiben, oder? Das war's mal ganz schön bleiben, oder? Was war das für ne Aktion, Alter? Ja. Geil, ich bin ja echt genial aufgekommen, ey. Hat ne Scheiße. Alter, ich dachte, ich war schlecht. Alter. Also, ich hab's dir aus dem Sack rausgenommen. Was war das denn jetzt? Wieso hat der mich denn jetzt so abgebremst? Äh, da oben ist ein Bremsschleifen. Ach. Also, ein Autofall, das müssen wir nochmal durchgehen, ne? Bitte? Das Autofall müssen wir nochmal neu lernen, ne? Ja, ich glaub auch. Äh. Lustig sind ja diese Wechselrennen. Lol, Auszeichnung. Luftikuss. Geil, ich hab ein Tor geschafft. Krieg jetzt auch eine Auszeichnung? Also, ich bin grad eben im Tor gelandet. Tch. Na, guck mal, wenn er sich da wieder hin andringen, ne? Alter, du blöder Sack. Ja, wie gesagt, nicht im Looping. Aber ne, der Junge will ja nichts auf mich hören. Ey, warum spawnst du vor mir? Das ist ja ne Freiheit. Funktioniert das hier eigentlich? Oh. Fast. Oh, ich hab' ich nochmal gedreht. Nein, nein, nicht runterfallen. Arsch. Ist die Kamera perspektiv echt mies, ne? Ja. So, QF1 ist jetzt nochmal rausfallen, weil das könnte mir jetzt ein Sieg kosten. So. Du bist noch nicht für die Rennen gefahren, oder? Nö. Was hast du denn dann immer gemacht? Die ganze Zeit rumgeballert? Also, Phoenix und ich haben ziemlich viel rumgepimmelt. Na, die dummste Missionen sind zu zweit echt schwierig, als wenn du kein guter Ego-Shooter-Spieler bist, was ich zum Beispiel schon überhaupt nicht bin. Oder generell Shooter-Spieler. Dann sind die T-Shirt. Du kriegst ja auch nicht viel Kohle, aber zu zweit fast ungeschaffbar. Also, entweder muss ich das Spiel noch leiser machen, oder dich definitiv lauter, ey. Ja, ich kann es sonst noch ein bisschen lauter regeln, aber ich weiß nicht, ob dann bei Discord noch lauter ist. Also, ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ja, und ich habe dich jetzt auch noch mal ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht verstehe ich mich jetzt ein bisschen besser. Okay. So, ich habe gewonnen. 7.960 Dollar in meiner Klasse. Das sehe ich immer wieder gerne. Du mit deinen läppischen 500, äh, mit deinen 5.530. Habe ich die jetzt dazu bekommen? Ja, dich hast du dazu bekommen. Ja, fett. Stell dir vor, du hast gewettet. Du hast alles verloren.